und herzlich willkommen wieder bei strt command erster weltkrieg mehr spieler gegen general honigblume immer die befürchtung ob nicht doch eine front zusammenbricht und wenn ja wie viel davon das sieht zum beispiel so aus als ob ypans zurückgeholt wird und belgien zu nebenbei befreit wird müsste doch oder ist gar nicht mehr alternativ stufe 3 bombenjäger teilen aus allerdings ist es nicht mehr reinziehen wie viel ist er denn noch verschießen kann ja gut ich weiß ja die drei französische kanonen und keine unbekannte zahlen britischer kanonen aber trotzdem als nutzer auch seinen aufklärungsbomba um schiffe zu versinken das ist natürlich unschön auch hier drüben aber bisher ist jeder angriff an dieser front hingeblieben außer die einheit zog sich zurück was ein bisschen stress bedeutet aber er muss ja auch ein bisschen verschieben da die österreicher den einen ort erobert haben ja und hat er nicht damit gerechnet dass die osmart schon so weit vorgearbeitet sind ach die hoffen ziehen sich zurück das ist endlich mal eine gute nachricht ist daran ich kann ein bisschen entspannung drin gebrauchen ja gut da oben überschraube aus immer gespannt ob unsere elite einheiten fast wie tosk erstürmen können ansprechend oder die ausgangslage spricht nicht ganz für sie aber es sind die liter einheiten und deswegen mal schauen schiff solche schiffe müssen noch eigentlich eher zusehen dass sie da irgendwie wegkommen und zumindest nicht alle von den u-booten versenkt zu werden oder den aufklärungsbomben oder bombern oder was da noch kommen möge pan fight oktober wetter wird langsam schlecht aber an zumindest anscheinend noch bei den senussi ist ein sieg gegen die italiener genungen ach ja die haben irgendeinen ort erobert wir können ihn gerne noch mehr schicken dann wird da nämlich ein chor vor ort aufgestellte ja und das können wir eigentlich gut brauchen und mir weiter ärger zu machen wir kriegen drei deutsche chor bei österreicher und zwei osmanische abteilung wie ist das wetter im osten flammig was im weiteren verlauf gewisse probleme machen könnte die festung noch zu betreten aber eins nach dem anderen und jetzt erstmal die osman an wobei ihr bleibt im prinzip so stehen fast kommando reichweite könntest ihr vielleicht auch da entstehen um den ort noch gegen eine landung die am ende stattfindet abzuschirmen und ansonsten maurt ihr hier und es ist einfach schön dass ihr ein bisschen hier was im gebirge haltet ja so ihr sollt hier langsam rück richtung bahn aber gucken wir erstmal die nach voran schreiten ok du hast direkt ein 5 zu 1 das klingt solide ich nie diese stadt da belagern probier die doch brauchen nach süden war keiner mehr da war es ruhig aber es könnte immer noch sein dass er auf die idee komplett sich mit einem landungsboot vorbeizukommen schaden vermieden habe ich hätte gehofft er zieht sich zurück macht er nicht aber wir haben hier nächstes mal mehr truppen gut bezüglich des landungsboots wäre es nicht schlecht wenn hier und da ein paar einheiten aufpassen würden also schauen wir mal du machst ruhig ein gewaltmarsch auf die bahn hast schon und hier will ich daran bringen dann können wir nämlich heilen und er steht auf der bahn das wird schon die osman hat eine neue abteilung hier können sich hier schon mal entsteht platzieren und dann gegenden die gedeckt werden sollen in der nähe der bahn dann wahrscheinlich da demnächst runter in die häfen oder irgendwo raus in die welt wo auch immer gerade wieder lücken sein mögen sowas wie hier drüben wie sieht es in rumänien 86 prozent tja und wenn sie beitreten haben wir ein problem sagen sie fern bleiben ist es halbwegs in ordnung aber wir haben auch hier ein gewisses problem weil unsere eine einheit sich nun mal leider zurückziehen musste ein bisschen scheint mir das auch noch klein kaum zu sein ich will mal hier hin das doch auf den ersten blick wichtiger erstmal bei den österreichern hier ein bisschen land zurück zu holen diesen russischen vorstoß hier schon mal überlebt zu haben auch hier steht tatsächlich so oder drüben dann maurt euch da auch und das hat kuh und fit einheit eigentlich irgendwie auch aber sie ist auch nichts nicht direkt bedroht na gut du kannst da nicht weiter sonst verschanze ich hier schon mal dann kontrollieren wir wieder eine menge von der gegend jetzt bei euch aus drei geschossen erst ein bisschen schlecht drauf aber da haben wir nur eine einheit dran okay eigentlich möchte ich wissen wie die sache hier oben ausgeht aber ich fürchte weil gegen schlamm dass wir sowieso nicht reinkommen alle trigger bitte mal eben das klugzeug ja man verbrät auch auf der straße schon so hat zwei bewegungspunkte und da sind noch kontrollzonen 30 prozent ja das heißt anders ausgedrückt selbst wenn wir den wegräumen ein feld in kontrollzone kostet halt drei punkte und in ermangelung eines reiters also klar fand ich aber wir haben keinen reiter wird das darauf hinauslaufen dass die einzige einheit die in die festung einlaufen könnte diese einheit ist die aber die festung angreifen müsste das heißt wir kommen nicht rein irgendwie schade aber die dort hat im nächsten zug dann wieder gutes wetter naja gut sonst schießen wir uns ein bisschen den weg hier entlang und verbessern etwaige ausgangspositionen oder räumen zumindest ein paar gegner aus und nutzen die zum heilen aber im prinzip sind das dann auch alles nur neben angriffen die hier drüben die wir irgendwie durchführen können deswegen wie so häufig wird ein bisschen gesprungen also du müsstest dich eigentlich mal verschanzen und du müsstest geheilt werden um hier so richtig mal angreifen zu können bräuchte die auch irgendwie mal verstärkung wenn der treffer aufs u-boot und hey wir mal neuen zerstörer bekommen immerhin ein u-boot fast versenkt ihr haltet aber ansonsten das das heißt also das wesentlichste geschehen wird an der westfront stattfinden und es ist niemand in Lidl ist das eine falle oder so offenkundig niemand in Lidl ist bin ich ein wenig irritiert wir müssen irgendwie sehen wie wir die Frontier zusammen halten und gleichzeitig natürlich immer wieder auch an geeigneten Positionen trotzdem gegen Angriffe starten das ist nur eine Abteilung gar nicht mal so gefährlich hätten wir einen Marieninfanteristen da ist sowieso nur eine geschwächte Einheit eigentlich sollten wir sehen den zu erwischen aber wie wir sehen ist unsere Linie massiv angeschlagen da müssen wir auch irgendwie arbeiten wir haben ja ein 5 zu 1 ich werde das nebenbei angekesselt sehe ich ist mir auf dem ersten gegeben gar nicht aufgefallen aber auch nicht so das wahre na gut also ich würde sagen du nimmst das schon mal mit Zeit 2 ja naja ich würde schon sagen du kannst ruhig ein bisschen mitmachen bei deiner Befreiung wir da im Prinzip noch einen reinkriegen der noch einen Angriff hat und da wird es dann lustig weil sich alle irgendwie im Weg stehen Luftschiff zwei Aktionspunkte geflogen ist und den werden wir schon irgendwo unterkriegen ich sehe gerade nur für unsere Jagdflugzeuge hier vielleicht irgendwo was in der Nähe steht müsste der dann da oder das Akku auch noch einen Schritt zur Seite hier und Übern war auch keine Hauptstadt mehr Brüssel oder Antwerpen also du müsstest eigentlich nach hinten dem würde ich ja gerne zuschlagen um die Gezahl der gegnerischen Aufklärungsbomber zu reduzieren und es ist so ärgerlich dass gerade Flamme sonst könnten wir da schon Fuß erreichen und es gibt kaum Einheiten hier alles vernünftig zu decken wir können natürlich zum teil auch per Bahn anbringen nach Brüssel zum Beispiel es ist nicht optimal keine Frage aber man müsste gucken wer überhaupt in der Weltgeschichte im Osten wahrscheinlich irgendwer dann frei ist dafür und jetzt der vielleicht doch nicht aufklären sollen Fragezeichen aber mit zwei Feldern müsstest du ja nach Lüttich kommen und das geht wenn der Bomber Platz macht äh der Bomber kann natürlich einfach so wegfliegen oder zum Beispiel den aufklären falls der wahrscheinlichste Eingriffsort ist für die Art hier haben wir gerade nicht die Bodentruppen um dann was zu machen ein Aktionspunkt jetzt geht das Rangieren ein bisschen los also du könntest zum Beispiel da vorne ist zwar nicht ganz gesund aber ne noch hoffen da kannst du da hin dann kannst du nach Lüttich dann könnte die Artillerie hier rein und der aus Brüssel geht da oben hin möchte die Artillerie von hier demnächst kein Feuer ziehe weswegen das Pferd besser wäre weswegen du mal deine Aktion durchziehst nur mal eben Zahlen sehen ach so ja Flugzeugregeln bin ich manchmal nicht hundertprozentig sicher wer sich wann wie noch bewegen darf aber stimmt der hatte ja seine Eskorte und seinen anderen Angriff schon durch deswegen der hatte nur Eskorte der hat noch einen Punkt der hat beides der hat deswegen keinen Punkt mehr aber wir haben immer den Aufklärungsbomber kaputt gekriegt so aber du darfst im Zweifel definitiv hier nochmal ein bisschen schießen einfach vielleicht Gegner schwächen oder so ach komm du gehst da rein auch darauf na gut wenn du den kriegst kriegst du natürlich nicht und ist auch noch da rein dann irgendwie muss er sich noch einmal kurz auf das Feld darstellen damit der Osmaner nicht mehr eingekesselt ist da müssen wir jetzt sonst ja dann musst du darauf und dann muss irgendwer in die Lücke rein das wird ein lustiger Zug und dann muss jemand da hin und da hin also du könntest in zur Not auch diese Position per Bahn besetzen wird das lustig oder wir greifen hier erstmal an das ist einfacher so ein von der Durchführung der Denke und allem was man machen muss den Platz schießen ja und dann angreifen da steht natürlich seine Artillerie aber wir brauchen ja einige oder alle unsere Einheiten selber um irgendwie die Lücken zu stopfen die wir hier überall in der Front haben deswegen glaube ich kommen wir sowieso nicht so richtig an die ran und da war ein guter Schlag auf die Artillerie ist einiges wert ach die wenn die dann auch erstmal vertrieben wird und einen Moment Ruhe gibt und vielleicht kriegen wir uns auch Zahlen sogar noch besser ich spekuliere sowieso darauf dass im nächsten Zug Winter ist 6 hat nicht so viel anders qualifiziertes Angreiferpersonal danach da muss sie auch noch hierher verschanzen 4 1 zu 2 könntest du schaffen aber du könntest danach auch die Artillerie ganz ordentlich treffen Problem dass da nicht verschanzt ist auch aber du gehst nicht dahin du gehst nicht da drüben rein wir stellen den Unverschanzt dahin und hoffen dass er schon überlebt großes hoffen gehst du da rein kannst dich da mit dem Reiter durchtauschen zur Not mal eben sehen du hättest 4 ja du gehst da und haust einmal drauf kannst dann nämlich noch raus hast nebenbei ein schönes neues Ziel für unseren Jäger aufgedeckt und dann ja tauschen wir euch beide durch und der haut nochmal auf die Kanone drauf und fasst dann sagen und das 2 zu 1 überhaupt wäre es nicht besser einfach das Feld ich meine dann wären die Dänen die da schießen aber auch da die Überlebenschancen für alle besser jetzt führen 2 zu 1 oh mir ist das gerade nicht aufgefallen aus dem Augenwinkel aber Paris ist leer wenn man jetzt eine Fallschirmjäger hätte also irgendwie würde ich mich hier lieber verschanzen wenn 1 nur so der Wert ist so und jetzt können wir glaube ich eine unserer neuen Einheiten da rein stellen dann ist das auch gedeckt und du tausch dich vielleicht mit dem Reiter durch dass kein 4er an der Front rum steht haben wir den Österreicher der ist voll von geschossen also du schießt auf jeden Fall wenn man da noch mit den 3 Chor angreift müssen wir mal sehen und falls nächstes Mal eh Winter ist dann kann man es auch alles raushauen wir hier so viel Schaden wie möglich machen und den werden wir los sehr schön jetzt muss man nur noch das hier drüben irgendwie wieder in Form kriegen und ich möchte Lille eigentlich schon haben dafür brauchen wir Einheiten auf der Bahn die sich dazwischen werfen können da wäre eine Bahn also gut es riecht dann als ob wir wieder humanische Einheiten brauchen sich halt dazwischen stellen und hier und da als ich dann mit reinwerfen und hier schon mal ein Chor könntest zum Beispiel auch erstmal hier an der Seite einfach mitdecken das Feld du wirst jetzt da rein marschieren du kriegst dann noch könntest hier noch richtig schöne Schläge machen aber wir haben niemanden der nachhuckt und dann bist du also sicher eingekesselt vielleicht bist du auch so sicher eingekesselt ich will jetzt nicht hundertprozentig klar sagen aber ich bin ganz nett wenn du hier Stress machst vielleicht auch das Feuer dann auf dich ziehst damit die anderen hier wieder etwas sich aufbauen können die österreichische Abteilung und hier auch einfach einen Pergewaltmarsch könnte man den in Brüssel heilen das wäre auch nicht verkehrt Bergwerk ist eh wertlos da ran und du rückst da vor ok und dich machen wir fit den auch den auch die AT Elite Stärke möglich muss aber jetzt nicht sein einen Schuss kannst du auf jeden Fall raushauen aber du hier E4 rein kriegst gut ist hier mit noch ein paar Schritte aber andererseits fast fast alles ach ja und hier für ja klugzeug der Bomber also der andere konnte ja vernichtet werden hier naja gut ich habe jetzt die Zahlen nicht gesehen aber es dürfte ja auch ein ordentlicher Schlag gewesen sein wenn man irgendwo jemanden auftreibt wäre schon noch ganz nett aber die Westfront würde sonst auch erstmal halten ich weiß ich bin ein bisschen gesprungen um voll zu heilen das ist das wichtigste hier achso du kannst selber noch da rauf gehen ja denn macht das dann brauchen wir nicht mal direkt jemanden du hast drei Aktionspunkte der dürfte da eigentlich nicht rauf kommen du kannst ja gar nicht so einen Schlag du verschanzt dich einfach mal richtig rum hier vorne ein bisschen heilen ja den eigentlich auch verschanzt dich mal hier drüben da bräuchten wir jetzt eigentlich auch jemanden stell du dich dahin nicht dass die da irgendwie rüber zugreifen können ja und du stehst glaube ich hier einfach weiter und rechts gegner oder sowas dann kampfwerte unten okay hier drüben wir hätten jetzt noch diese bulgarische Einheit aber da Rumänien ja nun mal bald dabei ist höchstwahrscheinlich ja ist wahrscheinlich ganz gut wenn ich hier weiter die Orte da erstmal abdeckt ansonsten könnten wir den endlich upgraden durch würde ich einfach mal durchheilen das dann schon besser läuft so hier sieht irgendwie auch nach großem durchheilen an ehrlich gesagt beziehungsweise du kannst auch mal deinen Elite-Stern kriegen hast du gute Chancen demnächst auch die zwei Erfahrungspunkte voll zu machen und hier ich sagen auch eher zusehen nochmal aufzurücken natürlich hier wir haben so viel Schuss sollte zumindest gucken dass man Gegner ausgeräumt kriegt können halt wie wir den Reiter ohne Probleme kriegen aber der Reiter ist sowieso gemeinhin nicht der stärkste Fein vielleicht lieber das Chor hier drüben und die Russen haben inzwischen auch Infanterie 2 das ist natürlich unschön und nimm mal du musst mindestens einmal schießen ich will gar nicht so häufig die Osmane schießen müsst aber sonst teilt ihr euch das ein bisschen auf da komm du behältst sechs Geschosse dann könntest du nächstes mal Pastitops runter schießen gut wir kommen nicht weiter aber ein Chor also ohne eigene Mannsstärkeverduste rauszunehmen hat ja auch was für sich gegen den noch den zweiten Stern zu verpassen wir kommen dafür tauschen wir mal durch hier dann sogar nochmal richtig rum verschanzen und durch die Stern Nummer 2 denn voll zu heilen wäre natürlich auch mal wieder schön damit er auch so richtig wieder Bereitschaft und alles hat aber gut das läuft und falls das Wetter mitspielt greifen wir nächstes mal an aber ich glaube es wird jetzt erstmal eine ganze Weile eher nicht mitspielen was ein bisschen unschön ist so dann ist hier oben ganze Formation ein bisschen ungesund hat man den Eindruck also ihr müsst das das könnte man die vorgelagerte Position auch sein lassen aber ich möchte ihn natürlich nicht an Königsberg ankommen lassen auch du musst das ein bisschen hier noch decken ehe die da einfach rumlaufen sonst mauert euch hier und eine Einheit muss dann eben hier rein der Bomber auch etwas wir haben ja eh keine Artillerie mehr könnt ihr vielleicht hier hinten hin dass wir mal noch einen haben da dann auch Heilungen Upgrades und 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 gehört natürlich da kleine Lücken nicht verschanzt teilen nicht so das wahre aber ich hoffe einfach mal dass das schon halten wird sonst kriegt ihr noch einen Kavaleristen den kann man da schnell irgendwo reinwerfen Österreicher also du gehst da hin dann kann da falls das Wetter mitspielt die Offensive weitergehen wir könnten theoretisch hier gegen die Russen auch noch einen einsetzen dann könnt ihr besser angreifen und wir könnten die deutsche Einheit vielleicht zu den Deutschen mal wieder rüber schicken oder weiter vielleicht einfach weiterkommen mach weiter Stress auf Italien finde ich gut so dann haben wir noch unsere Flotte zur Zeit ist man hier ja durchgekommen wenn du einfach mal ganz frech versuchst ob das immer noch so ist okay Kuhboote erstmal wieder in den Häfen sammeln sind glaube ich alle von der ersten Fahrt zurückgekehrt das ist ja schon mal ganz nett was nicht ganz nett ist ist dass das Geld alle ist dafür sind viele Einheiten wieder kampfbereit aber trotzdem natürlich noch gewünscht dass ein bisschen mehr übrig wäre zum Beispiel uns noch einen Jagdgeschwader leisten die sind ja auch so lange unterwegs mit noch mehr von denen schießen wir alle französischen Flugzeuge nach raus und britischen und wenn er keine Aufklärungsbomber mehr hat ja dann wird es komplizierter schon mal mit dem Vorrücken mir gefällt die Idee Österreich kann da irgendwo hinten noch einen Infanteristen heilen oder halt vielleicht auch mal einen Kavalaristen ne oder nicht mehr oder halt Kampf ja gut Logistik braucht ihr auch mal und weiter in der Kampfkraft oder im Panzerbau aber wir bauen österreichischen Panzer jetzt nicht sonst meinetwegen auch mehr Logistik nun bei den Osmanen na die hatten eine Logistik durch unter anderem was sehr schön ist weil die dann mehr Munition haben können hier nochmal mehr Einheiten kaufen normalische Einheiten werden jedoch recht viel in letzter Zeit in die Welt exportiert und ja ach das bin ich auch weg man könnte ja demnächst mit dem Hauptquartier auch ganz offiziellen Expeditionstruppe aufstellen die dann auch angeführt wäre einfach mal sehen und die dürften sich ja auch demnächst da durchschlagen kurz nochmal gucken da ja waren wir auch Italien waren wir auch hier jetzt auch und das heißt du wirst erstmal nicht geheilt aber auch nicht mehr direkt an der Front ihr macht hier leider auch nicht weiter aber der hat immer seinen zweiten Stern das ist ganz schick das ist halbwegs stabilisiert na gut die Westfront aber ich hoffe einfach dass die Autor die jetzt auch schlechtes Wetter hat dann werden die auch nicht zu weit vorankommen ansonsten die Osmanen kriegen noch einen ganzen Schwung Abteilung und immerhin ein neues Chor Österreich naja zwei Chor aber dieser Panzer der könnte wertvoll werden bei den Deutschen nächstes Jahr meldet sich die Luftwaffe und dies Jahr Artillerie natürlich die Bulgaren sind bald da die natürlich auch mit die rumänische Grenze bewachen sollen noch ein paar Einheiten und wir kriegen ja noch mehr Flugzeuge und die kriegen noch mehr Upgrades mal sehen wie gut das dann funktioniert hier in Sachen Lufthoheit ich meine wir haben schon wahrscheinlich die deutlich erfahrenen Jäger das kann auf jeden Fall ganz nett werden aber wir müssen ein bisschen gucken hier und da dann ja doch vielleicht unangenehm und hoffentlich ist ein Werthets auf ist wieder drin im versorgten Gebiet Infanterie Waffen 2 für die Osmanen natürlich klart alles auf hätte ich auch jemals darauf hoffen können dass das Wetter nur weil es hier schlecht ist bei der Entente auch schlecht ist wirklich naja schauen wir mal welches Wetter wir da noch haben ich würde hier auf tiefen Winter tippen wie immer dann damit an dieser Stelle auch erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge bis dann bis dann